Die russische Hauptstadt Moskau ist erneut Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Bürgermeister Subjanin sprach von ukrainischen Drohnen, doch die Herkunft der Flugobjekte ist noch unklar. Die russische Hauptstadt Moskau ist erneut Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Bürgermeister Subjanin schrieb auf Telegram, dass ukrainische Drohnen in der Nacht angegriffen hätten. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS wurden drei Flugobjekte abgeschossen. Ein Wachmann sei bei dem Angriff verletzt worden. Bilder zeigen die beschädigte Fassade von zwei Bürogebäuden. Der Flughafen Moskau-Vnukovo im Südwesten der Hauptstadt wurde vorübergehend für Abflüge und Ankünfte geschlossen. Flüge seien umgeleitet worden. An anderen Flughäfen in der Region lief der Betrieb demnach weiter. Die Millionenmetropole war bereits mehrfach Ziel von Drohnenangriffen, die allerdings in keinem Verhältnis stehen zu den massenhaften Attacken Russlands in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Moskau beschießt auch die Hauptstadt Kiew immer wieder mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Es gab in Kiew Tote, Verletzte und massive Schäden. Russland führt gegen die Ukraine seit mehr als 17 Monaten einen zerstörerischen Angriffskrieg.